Musik Guten Tag Herr Gellicher, Sie sind heute auf der am meisten wachsenden Messe der Intersolar vertreten. Wie entstand die Gellicher Solar AG? Ich habe gehört, Sie, Herr Gellicher, haben zu Beginn vor 15 Jahren noch selber Anlagen auf die Dächer geschraubt? Das ist richtig. Grüß Gott erstmal. Ja, wir sind entstanden aus dem Gedanken heraus, dass erneuerbare Energien sinnvoll und richtig sind und natürlich auch getrieben von der Hoffnung, dass diese Branche ein Wachstum erleben wird. Aber unsere Wurzeln sind tatsächlich eher ökologisch begründet als rein ökonomisch getrieben. Deswegen Gründung, wie gesagt, vor 15 Jahren. Damals waren wir ein sehr kleines Unternehmen. Das heißt, es musste einfach jeder ran. Ja, natürlich habe ich auch mit montiert und ich halte das auch heute noch für sinnvoll, dass jeder im Unternehmen schon mal eine Solaranlage live erlebt hat und auch mal Hand angelegt hat. Denn nur dann kann er den Kunden wirklich verstehen und ist in der Lage, die beste Beratung abzugeben. Was ist die Erfolgsformel von Gellicher? Wir waren von Anfang an stark qualitätsorientiert, sehr technikgetrieben. Das heißt, unser Fokus lag wirklich vom ersten Tag an darauf, den Kunden exzellente Anlagen zu verkaufen. Anlagen, die lange funktionieren. Wir hatten nicht den Fokus auf schnellen Umsatz und auf Profitmaximierung, sondern uns war vom ersten Tag an klar, die Erneuerbaren werden wachsen. Der Markt wird immer größer. Das heißt, es macht auch ökonomisch Sinn, in die Zukunft zu denken, zu überlegen, was passiert in 10 Jahren, in 20 Jahren. Deswegen unser starker Fokus auf Qualität und der wird heute honoriert. Sie waren eines der ersten Unternehmen, die Dünnschichtmodule eingesetzt haben. Wie kam es dazu? Wir haben uns schon immer nicht auf die Rolle des reinen Systemintegrators begrenzt. Das heißt, wir kaufen nicht einfach nur Komponenten am Markt zusammen und kombinieren eine Solaranlage daraus. Wir haben immer versucht, hinter die Kulissen zu schauen, sprich zu gucken, was in den Labors passiert, abzuschätzen, welche Technik erfolgversprechend sein wird, welche Technik letztendlich in eine profitable Serienproduktion überführt wird und dann irgendwann am Markt auftauchen wird. Ich denke, wir sind in der Lage, hier immer ein paar Jahre vorauszuschauen. Deswegen haben wir uns um das Jahr 2000 herum bereits zu einem Zeitpunkt, als die Welt Dünnschicht noch nicht einmal vom Hören sagen konnte, für diese Technik entschieden, haben Testparks aufgebaut, konnten die richtigen Hersteller oder die richtigen Techniken erstmal identifizieren und damit einige Jahre Erfahrung sammeln, bevor der große Boom kam. Das heißt, heute blicken wir auf mehrjährige Erfahrung zurück, während viele diesen neuen Trend gerade erst entdecken oder erst vor ein, zwei Jahren entdeckt haben. Sie stellen zu diesjährigen Intersolar wieder eine Innovation vor? Das ist richtig. Es sind sogar zwei genau genommen. Zum einen unser Backrail-System. Wir wissen seit rund drei Jahren, dass neue Module auf den Markt kommen werden, die sich durch eine ganz andere Größenordnung auszeichnen. Wir reden von knapp sechs Quadratmetern, während bis vor kurzem Module in der Regel ca. eineinhalb Quadratmeter Größe hatten. Uns war klar, dass diese Glasscheiben mit der herkömmlichen Haltetechnik nicht mehr montiert werden können und haben uns deshalb Gedanken gemacht, wie sowas in Zukunft ausschauen kann. Deswegen gibt es zum einen dieses Backrail-System, also das reine Haltesystem, die Unterkonstruktion und auch Überlegungen dazu, wie eine Montage solcher großer Solarmodule in Zukunft industriell ablaufen kann. Zum zweiten haben wir eine Entwicklungspartnerschaft mit einem Wechselrechterhersteller. Ziel der Entwicklung war ein extrem flexibles System. Das heißt, die Anlagenauslegung wird extrem vereinfacht. Wir können damit auch teilverschattete Flächen belegen, Fassadenanlagen ohne großen Planungsaufwand realisieren. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, eine sehr detaillierte Fernüberwachung zu integrieren. Das heißt, man kann bis ins Modul hinein in die Anlage schauen, bis ins einzelne Modul hinein. Welche Chancen für die Photovoltaik sehen Sie in der Zukunft? Ganz ausgezeichnete. Bei dieser Überlegung hilft ein Blick in die Vergangenheit. Vor 15 Jahren war Photovoltaik ein absoluter Nischenmarkt. Kein Investor hat die Photovoltaik ernst genommen. 15 Jahre später sehen wir einen Andrang von Investoren, der deutlich höher ist als das, was die Branche leisten kann. Also wir sind nicht in der Lage, den Anfragen hinterher zu kommen. Ab 2012 wird das Preisniveau der Photovoltaik so niedrig sein, dass wir natürliche Märkte erreichen. Das ist heute bereits klipp und klar absehbar. Also das ist keine Fantasie, sondern wir wissen ja, was in den Labors passiert. Wir wissen, welche Produktionskapazitäten weltweit aufgebaut werden. Eine solche Färb hochzuziehen dauert natürlich eine gewisse Zeit. Das heißt, die Investitionsentscheidungen sind heute bereits getroffen. Und dementsprechend werden diese großen Produktionskapazitäten und die damit verbundenen niedrigen Preise definitiv kommen. Heißt mit anderen Worten, natürlicher Markt. Wir sind nicht mehr angewiesen auf lokale Subventionen. Und mit jedem Cent Preisreduktion öffnen wir neue Märkte. Beispiel Afrika. Die Konkurrenz mit einem Dieselgenerator ist seit 20 Jahren gegeben. Früher war ein sehr kleiner Dieselgenerator noch kosteneffizienter als eine PV-Anlage. Diese Grenze verschiebt sich beständig nach oben. Und ab 2012 werden wir ganze Städte, kleinere Städte mit PV, preiswerter versorgen können als mit der herkömmlichen fossilen Technik. Welche Vision möchten Sie in naher Zukunft realisiert sehen? Und ich denke in den europäischen Staaten, in den USA und in rund 40 weiteren Staaten, die weltweit an dem deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetz, vergleichbares Fördergesetz aufgelegt haben, ist die Photovoltaik fest etabliert. Dort werden sogenannte On-Grid-Anlagen gebaut. Das heißt, man verknüpft die Solaranlagen direkt mit dem Stromnetz. Um diese Märkte mache ich mir keine Sorgen mehr. Dort hat die Photovoltaik gezeigt, dass sie ein erfolgreiches Instrument auch für Investoren darstellt. Mich persönlich würde es sehr freuen, wenn wir außereuropäische Staaten mit weniger gut ausgeprägter Infrastruktur erschließen könnten. Beispielsweise afrikanische Staaten, die dunn besiedelt sind. Dort werden wir die nächsten wenigen Jahre in der Lage sein, mit Photovoltaik Stromgestehungskosten zu erreichen, die unter denen aus fossilen Quellen liegen. Das wäre eine schöne Vision, wenn wir dort zum einen neue Märkte erschließen und auch die Lebensqualität verbessern könnten. Vielen Dank, Herr Gerlich, und bei denen viel Erfolg auf dieser Messe. Gerne, Dankeschön. Vielen Dank, Herr Gerlich, und bei denen viel Erfolg auf dieser Messe ist. Vielen Dank, Herr Gerlich, und bei denen viel Erfolg auf dieser Messe ist. Vielen Dank, Herr Gerlich, und bei denen viel Erfolg auf dieser Messe ist.